Hallo liebe Motorsportmagazin.com Freunde und Formel 1 Fans. Was für ein Tag in der Königsklasse des Motorsports. Es ging Schlag auf Schlag. Eine Neuigkeit hat die andere gejagt. Und die größte, die gab es wohl um 15.27 Uhr in der FIA WhatsApp Gruppe. Ja, es gab gar keine Presseaussendung dazu. Es gab nur ein Statement auf WhatsApp. Und darin hieß es dann, die FIA kann bestätigen, dass Nils Wittig von seiner Position als Formel 1 Renndirektor zurückgetreten ist, um sich neuen Aufgaben zu widmen. Nils hat seine zahlreichen Aufgaben als Rennleiter mit Professionalität und Hingabe erfüllt. Wir danken ihm für sein Engagement und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Boah, das hat gesessen. Das kam aus dem Nichts. Wir müssen sagen, es hat sich für uns zumindest überhaupt nicht angedeutet, dass Nils Wittig zurücktreten würde mit sofortiger Wirkung wohlgemerkt auch noch. Und für Nils Wittig kam das auch ein bisschen überraschend. Denn wir haben Nils Wittig am Flughafen erreicht und er hat uns gesagt, ich bin nicht zurückgetreten. Also tatsächlich wurde er vor vollendete Tatsachen gestellt, wurde rausgeschmissen. Das mit sofortiger Wirkung. Ja, da fragt man sich dann einerseits warum und andererseits warum gibt die FIA das so bekannt? Wieso sagt sie, dass Nils Wittig zurückgetreten ist? Also das ist natürlich schon ein ordentlicher Hammer. Drei Rennen vor dem Saisonende. Saisonende. Also wir sind jetzt nicht in der Winterpause. Wir haben eine Mini-Pause vor Las Vegas und dann haben wir einen Tripleheader. Sondern wir sind noch in der Saison. Jetzt gab es natürlich in den letzten Tagen von der Fahrergewerkschaft GPDA, wir haben darüber berichtet, ein Schreiben. Aber das hat sich eigentlich eher gegen den FIA-Präsidenten als gegen den FIA-Rennleiter gerichtet. Da ging es ja unter anderem ums Fluchen, aber auch um die Unterwäsche. Die Unterwäsche ist dann natürlich auch Sache des Rennleiters damals gewesen. Aber eigentlich war das eher eine Herzensangelegenheit des Präsidenten. Vielleicht hat der Präsident da irgendwelche Auswege gesucht und sich ein Bauernopfer geholt. Aber das kam schon unfassbar überraschend für alle Beteiligten heute. Also Nils Wittig, der wurde erst kurzfristig für ein Meeting nach Genf einberufen. Dann ist er nach Genf geflogen und dort hat er dann von seiner eigenen Kündigung erfahren. Und wir hören, auch die Fahrer wurden nicht darüber informiert von der FIA. Also das ist auf jeden Fall mal eine sehr, sehr merkwürdige Geschichte. Sein Nachfolger wurde auch bekannt gegeben, Rui Makesh, aktuell Formel 2 und Formel 3 Rennleiter. Der rückt auf in die Formel 1, aber wir kennen die Formel 1. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Da geht es nicht nur darum, die richtigen Entscheidungen für den Sport zu treffen, sondern auch den Sport irgendwie mit der Show zu vereinen. Also das heißt, wir müssen schauen, dass TV-Seiten eingehalten werden und so weiter. Das interessiert in fast allen anderen Rennserien eigentlich niemanden. Und diesen Spagat in der Formel 1 hinzukriegen, den Druck auch zu haben, den öffentlichen Druck, den Druck der Teams, das gibt es so, glaube ich, auch nirgends nur ansatzweise vergleichbar mit der Formel 1. Und deswegen, ich habe es ja schon oftmals gesagt, Rennleiter ist eigentlich ein sehr, sehr undankbarer Job, weil man es eigentlich nie richtig machen kann. Wenn was falsch läuft, dann ist man der große Buhmann. Das hat man ja 2021 mit Michael Masi gesehen. Seit 2022 war Nils Wittig im Amt. Zunächst hat er sich ja die Rennleiterposition noch mit Eduardo Freitasch geteilt. Man hatte da so ein alternierendes Konzept. Dann hat man irgendwann festgestellt, funktioniert nicht so richtig. Eduardo Freitasch war auch nicht der beliebteste. Und dann hat das Nils Wittig seither alleine gemacht. Also bin mal gespannt, was da noch kommt. Die FIA auf jeden Fall mit einem fragwürdigen Statement und mit einer noch fragwürdigeren Entscheidung, vor allem zu diesem Zeitpunkt. Denn wenn es um katastrophale Fehlentscheidungen oder irgendwas geht, da gibt es ja eigentlich nichts zu berichten von Nils Wittig. Man konnte sich vielleicht mal über das ein oder andere Detail mit ihm streiten. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen gibt es da eigentlich nichts zu bemängeln. Ein anderes großes Thema, zugegeben nicht tagesaktuell, das ist jetzt nicht heute neu aufgekommen, aber in den letzten Tagen immer mehr Audi und Katar. Was ist da los? Wir haben es euch ja schon ein bisschen angedeutet auf unserer Website, im Kommentar, in der Fahrerverkündung von Gabriel Bortoleto. Ich glaube, auch im Video haben wir es leicht angerissen. In der Zwischenzeit haben viele andere darüber berichtet, haben sich gegenseitig überboten mit ihren Schlagzeilen. Viele Spekulationen, die da draußen rumgehen. Audi wird komplett übernommen von Katar, das Formel 1 Team steht zum Verkauf und so weiter. Und wir wollen das jetzt mal ein bisschen einsortieren, was da wirklich los ist. Fix ist natürlich, dass die Q3-Zahlen, die die Audi AG bekannt gegeben hat vor wenigen Tagen, dass die nicht rosig aussehen. Der Gewinn ist um 91 Prozent eingebrochen. Allerdings hat das auch mit Rückstellungen zu tun, die man aufgrund einer Werkschließung in Brüssel vorgenommen hat. Also dann sieht es gar nicht mal so dramatisch aus. Ja, die Zahlen, die sind natürlich nicht gut, aber das hatte man auch so erwartet, weil das China-Geschäft nicht nur für Audi, sondern für viele deutsche Automobilhersteller aktuell alles andere als rosig ist. Audi hat uns aber klipp und klar gemacht, das Team steht nicht zum Verkauf. Trotzdem, so hören wir, ist da natürlich was dran an der Geschichte, sonst hätten wir es ja auch nicht so angerissen in den letzten Videos und in den Artikeln. Tatsächlich gibt es da schon Interesse aus Katar. Katar ist ja am Volkswagen-Konzern auch beteiligt, schon seit längerer Zeit. Das hat damit aber gar nicht so sehr was zu tun. Da geht es jetzt eher um ein strategisches Investment am Formel-1-Team. Das Formel-1-Team, ja, das soll aber bei Audi bleiben. So hören wir, die Mehrheit, die soll auf keinen Fall abgegeben werden. Aber es würde natürlich schon Sinn machen, sich da einen Investor mit an Bord zu holen. Und so hören wir auch, das Ganze ist nicht ganz neu. Das sind jetzt keine Reaktionen auf die schlechten Quartalszahlen, weil zum einen waren diese schlechten Quartalszahlen ohnehin schon eigentlich seit über einem Jahr zu erwarten. Also man sieht ja die Entwicklung in der Automobilindustrie und das kommt alles andere als überraschend. Auf der anderen Seite hat man natürlich schon länger damit geliebäugelt, das Formel-1-Engagement finanziell nicht komplett selbst tragen zu müssen. Und deswegen laufen da die Verhandlungen mit Katar und mit Audi, mit dem Formel-1-Team schon etwas länger, wie wir hören. Schon über ein Jahr soll das Ganze am Laufen sein. Und warum macht das Ganze Sinn? Naja, erst ab 2026 fährt Audi dann als Werksteam in der Formel-1. Und ihr wisst alle, dass die Formel-1 boomt. Wir haben schon viel darüber gesprochen, ob das jetzt wirklich so ein großer Boom ist, ja oder nein. Aber mit der Budget-Obergrenze ist es auf jeden Fall ein relativ interessantes Business-Modell geworden. Keine reine Geldverbrennungsmaschine, so wie das ja früher mal war in der Formel-1. Nein, man kann jetzt kalkulieren, es gibt eine Obergrenze und man kassiert auf der anderen Seite ja auch Sponsorengelder und TV- und Preisgelder. Also das ist eine ganze Menge, die da reinkommt. Und so kann sich ein Projekt dann auch selbst tragen. Aber erst, wenn man natürlich richtig daran teilnimmt. Das tut Audi aktuell noch nicht. Dazu gibt es ja auch noch die Motorenschmiede Neuburg, die sehr, sehr viel Geld verschlingt, wenn man es jetzt negativ ausdrücken will. Und da macht es natürlich schon sehr, sehr viel Sinn, sich das bis dahin zumindest ganz gut teilfinanzieren zu lassen oder sogar vielleicht ganz finanzieren zu müssen. Es gibt auch große Investments, die natürlich in Invi schon vor dem eigentlichen Einstieg 2026 nötig sind. Und in der aktuellen wirtschaftlichen Situation bei Audi wird ja auch darüber diskutiert, die Zahl der Beschäftigten zu sinken. Das ist vielleicht eine nette Ausdrucksweise für Leute, die könnten ihre Jobs verlieren, was natürlich tragisch ist für die einzelnen Leute. Und wenn man das dann in Verbindung setzt mit einem Formel-1-Projekt, das möglicherweise Millionen oder vielleicht sogar Milliarden verschlingt, dann ist das eine ganz gute Idee, da zu schauen, dass das Geld vielleicht aus einem anderen Topf kommt. Gernot Döllner, der Vorstandsvorsitzende der Audi AG, hat mir zu dem Thema übrigens gesagt, diese Entscheidung vor zweieinhalb Jahren war gut vorbereitet und im vergangenen Jahr wurde sie neu bewertet. Wir sind fest davon überzeugt, dass Audi und die Formel 1 perfekt zusammenpassen. Es steht im Einklang mit unserer Strategie. Also, kein Wort davon, das Formel-1-Team komplett zu verkaufen. Das deckt sich auch mit unseren Informationen. Aber natürlich schaut man schon, dass das Geld nicht unbedingt aus der AG abfließt, wo man es etwas dringender benötigen könnte. Das heutige Video wird euch präsentiert vom Manscaped Chairman Pro. Und der kommt mit einer ganzen Menge Zubehör, unter anderem zwei auswechselbaren Skinsafe-Aufsätzen. Und für mich persönlich ganz wichtig ist natürlich der Bartstoppeltrimmer. Da könnt ihr sogar das Setup noch perfektionieren, denn es gibt zwei unterschiedliche Kammaufsätze dazu. Für mich ebenfalls ganz wichtig ist natürlich die Akkulaufzeit. Bis zu 75 Minuten sind drin und wenn man das Ladegerät dann doch mal vergessen hat, kein Problem, USB-C-Standard und es gibt sogar induktives Laden. Eine Funktion hat es mir besonders angetan. Mit dem integrierten LED-Licht könnt ihr nicht nur SOS-Zeichen geben, nein, ihr könnt euch auch in der dunkelsten Kammer noch einigermaßen sinnvoll rasieren. Und wenn euch der Manscaped Chairman Pro aus irgendeinem Grund doch nicht gefallen sollte, kein Problem, ihr habt eine 30-tägige Geld-Zurück-Garantie. Mit dem Code MOTORSPORT20 gibt es dann 20% Rabatt und international kostenlose Lieferung. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr kauft das Gerät mit allem Zubehör, so wie ihr es hier seht, fügt das einfach dem Warenkorb hinzu, oder aber ihr kauft den Chairman Pro im Abo. Dann gibt es noch regelmäßig die richtigen Pflegeprodukte für euch dazu und ihr spart euch obendrauf nochmal 6% auf den Gerätepreis. Wie viel Rabatt Alpine bei Mercedes bekommt, das können wir euch leider nicht sagen, aber die Einkaufssumme, die wird ungleich höher sein. Jetzt ist offiziell, was ohnehin schon die Spatzen von den Dächern gepfiffen haben, Alpine wird Kunde bei Mercedes. Das eigene Motorenprojekt bei Renault in Viri, Châtillon, das wird ja eingestellt zum Ende der Formel 1 Saison 2025. 2026, wenn dann auch Audi kommt, kommt ja auch ein neues Motorenreglement. Dafür hat man zwar bislang einen Motor in Viri entwickelt, den will man aber nicht fertig entwickeln, kostet nur Geld und man sagt, man ist konkurrenzfähiger mit einem Kundenmotor. Und deswegen hat man gesagt, man stellt das eigene Motorenprogramm ein und wird dann zum Kundenteam. 2026 ist es also soweit, also soweit und heute hat man offiziell bekannt gegeben, dass man das zusammen mit Mercedes machen wird. Man fährt dann von 2026 bis 2030, so lange ist diese Regelperiode vorerst einmal, mit Mercedes-Motoren. Aber Überraschung, nicht nur mit Mercedes-Motoren, sondern auch mit Mercedes-Getriebe. Und das ist vielleicht schon ein bisschen überraschend, denn man hätte ja das Know-how, ein eigenes Getriebe zu bauen, zumindest mal das Getriebegehäuse. Man wird 2026 aber sowohl Getriebegehäuse als auch die Getriebeinnereien von Mercedes beziehen. Und das ist ein ganz interessantes Thema, weil es darüber viele Diskussionen gibt in der Formel 1. Muss ein Konstrukteur ein Getriebegehäuse nicht selbst bauen? Warum? Klar, es ist nicht nur Getriebegehäuse, es ist ein tragendes Teil. Da ist die Hinterradaufhängung dran befestigt, also die Punkte, die Fahrwerkspunkte, die ganze Kinematik hängt an diesem Getriebegehäuse. Aber es gibt schon Überlegungen, so hören wir bei Alpine, das Getriebegehäuse dann 2027 wieder selbst zu fertigen. Und dann gab es an diesem verrückten Formel-1-Tag noch eine Neuigkeit. Die kam von Aston Martin via Pressemitteilung ins Haus. Die FIA hat es bei einem WhatsApp belassen. Aston Martin gibt sich zumindest die Mühe und schickt eine Pressemitteilung, sogar mit Zitaten von Andy Cowell, dem neuen CEO, und von Dan Fellows, dem technischen Direktor, aber dem ehemaligen technischen Direktor. Denn er wird mit sofortiger Wirkung nicht mehr beim Formel-1-Team von Aston Martin angestellt sein, sondern er bleibt in der Gruppe bei Aston Martin. Das heißt, es ist ein Soft-Landing, wenn man so will. Man ist nicht mehr so besonders zufrieden mit dem technischen Direktor, aber man schmeißt ihn nicht sofort raus. Das kann natürlich auch ein Gardening-Leaf sein. Das ist ein schönes Abstellgleis. Das hat man bei Aston Martin ja auch zum Beispiel für Andy Green gefunden. Jetzt also mit Dan Fellows. Und das ist natürlich schon ein kleiner Hammer, denn der kam erst 2022 von Red Bull nach langem hin und her, hat ihn Red Bull dann irgendwann mal freigegeben. Dann konnte er bei Aston Martin anfangen. Dann, wir erinnern uns zurück, gab es ja diese Aston Martin Red Bull Kopie unter Dan Fellows. Da hieß es dann schon, oh, hat der nicht vielleicht das ein oder andere Geheimnis mitgenommen? Bei Aston Martin ging es dann steil bergauf, aber zuletzt eben auch wieder steil bergab. Ja, Aston Martin ist 2024 das Team, das am zweitmeisten Updates gebracht hat, aber es bringt alles nichts. Man belegt aktuell noch Platz 5 in der Konstrukteurs-WM, aber aktuell ist man so ziemlich das zweitschlechteste Team. Nur Sauber ist eigentlich schlechter. Als einziges Team neben Sauber, ohne Punkte aus dem letzten Schüppel hätte er rausgegangen. Die Performance, die ist desolat, da braucht man nicht drum rumreden. Interessant ist das natürlich, weil Aston Martin zuletzt auf großer Einkaufstour war. Man hat viele, viele hochrangige Ingenieure von der Konkurrenz abgeworben. Unter anderem natürlich Adrian Newey von Red Bull, der kommt 2025 zu Aston Martin. Und dann hat man sich schon auch irgendwann die Frage gestellt, Moment mal, wenn so viele neue kommen, ist da überhaupt in der Struktur noch Platz? Und ist da beim Geld überhaupt noch Platz? Denn wir wissen ja auch, die Angestellten, die zählen natürlich zur Budget-Obergrenze. Da kann man zwar den einen oder anderen Trick noch auspacken, was Anteile am Team angeht. Okay, noch kann man das zumindest, aber irgendwann kennt das auch Grenzen und eine normale Bezahlung will dann auch irgendwie sein. Also, Dan Fellows nach dem sportlichen Niedergang von Aston Martin und nach vielen Neuverpflichtungen jetzt das erste Opfer, wenn man so will. Ich bin gespannt, ob es dabei bleibt. Aston Martin ist aber ein sehr, sehr interessantes Team. Und das haben wir in unserer aktuellen Printausgabe mal ein bisschen näher beleuchtet. Groß Einkauf zum Titel, hat meine liebe Kollegin Isabel Grasser hier geschrieben. Lawrence Joy zu sehen, der hat viel Geld, das er aktuell an den Mann bringt für Aston Martin. Also, da laufen große Investitionen. Man wird ja 2026 auch zum Werksteam von Honda. Das Team der Stunde, das Team der Zukunft, aber aktuell eben performance-technisch noch nicht. Sehr interessant, diese ganze Geschichte. Abo.motorsport-magazin.com, wenn ihr alles dazu lesen wollt. Abo.motorsportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportportport